Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Wir sind gerade in Basel von Zürich hierhin gefahren. Nachher geht es weiter nach Kaisersautern zum DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. Es wird sicher eine richtig geile Stimmung werden. Sie spielen, glaube ich, das erste Mal gegeneinander seit neun Jahren oder so. Komplett ausverkauftes Haus natürlich. Ich kann es kaum erwarten. Kleiner Snack geholt. Oh, ich liebe diese, die noch so richtig warm sind. Endlich etwas zu essen gefunden. Es war wirklich schwierig, etwas zu finden, weil gefühlt drei Viertel der Restaurants sind geschlossen heute. Na, seht doch mal, was wir da im Hintergrund haben. Der Betzenberg in seiner voller Pracht. Da wird heute die Hölle los sein, da bin ich mir sicher. Ja, ich mache mich langsam auf den Weg zum Stadion. Es sind zwar immer noch vier Stunden, aber ich möchte ein bisschen die Primarch-Amosphäre erleben. Leute, seht euch mal das an. Gerade hier ist der Bahnhof. Und gerade hier, wenn man ein bisschen läuft, sieht man das Stadion auch schon. Richtig geil. Etwa fünf Minuten Fußweg. Ist natürlich mega praktisch für die Leute, die mit der ÖV kommen. Schon viele Fans am Start hier. Wir kommen bei uns am Eingang auf der Hauptkribüne, gleich neben den Gästefans. Es wird sicher geil, wird sicher laut werden. Also wir sind hier mit zwei Lauternfans. Lauter! Was kann ich heute von der Stimmung erwarten? Wir haben das. Wir wollen, dass wir die Hütte abreißen! Wird es Pyrotechnik geben? Natürlich wird es Pyrotechnik geben! Pyrotechnik ist kein Verfröschen! Zeigt mir mal einen Lauternfangesang! Frau zu FCK! Voll weiß, rot, ole! Mein Leben hab ich dir vermacht! Jeden Tag und jede Nacht! Wir haben noch ein paar mehr Fans gefunden. Was kann ich heute von der Stimmung erwarten? Ich glaube, es wird mega gut. Wird es Pyrotechnik geben? Bestimmt, ja. Und äh... Man riecht schon so ein bisschen. Ja. Was denkt ihr, was wird das Endresultat sein? Auf jeden Fall, der Wettste gewinnt. Auf jeden Fall. Okay. Und schließlich, hoffentlich regnet es für zweiter Wetter. Und noch heute Geburtstag. Und noch heute Geburtstag. Okay. Für zweiter Geburtstag kann nichts schief gehen. Super. Okay. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir sind endlich im Stadion. 45 Minuten bis das Spiel beginnt. Die Kurve ist schon komplett gefüllt. Und auch der Gästesektor füllt sich langsam. Und Eles binden sich langsam. Und die Spiele kamen aus. die 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Das war's für Dachshund. Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Die Entscheidung, Kaiserslautern wird weiterkommen! Ich denke, das ist die Entscheidung jetzt, Kaiserslautern wird weiterkommen, ziemlich sicher! Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Der Führer muss in den eigenen Platz geworfen, wie krass ist das denn? Das war die Zweitein der Erfüllung. Ja, wir sind zurück am Bahnhof, Kaiserslautern gewinnt 3 zu 2 und geht in die nächste Runde des DFB-Pokals, sie hätten es mir fast noch aus der Hand gegeben, aber ich würde sagen am Ende ein verdienter Sieg, ja und für mich jetzt natürlich ist der Tag noch nicht ganz vorbei, ich gehe nämlich sofort wieder nach Zürich zurück, zuerst jetzt um Mitternacht Einzug nach Karlsruhe und dann 2 Stunden rumstehen an der Kälte, bis ich dann um 4 Uhr den nächsten Zug nehme, den ICN nach Zürich und da bin ich etwa halb 8 wieder zu Hause, da gibt es endlich ein bisschen Schlaf, noch lange bis dahin, aber wenn ihr den Aufwand belohnt mit einem Abo und einem Like, wäre ich sehr froh und sehr dankbar, ich hoffe euch hat der Vlog gefallen und bis zum nächsten Mal.